Hi, wir sind Sandra und Bikim von BS Traveljumper und reisen seit mehreren Jahren mit dem Wohnmobil hauptsächlich durch Skandinavien. Vor ein paar Jahren entschieden wir uns, nach langen Überlegungen ein eigenes Wohnmobil zu kaufen und reisen seitdem mit unserem nicht selbst ausgebauten Camper quer durch Europa. Während ich gerne nach den kleinen Dingen aus unseren Reisenländern suche, ist Bikim eher der, der sich mit Späßchen die Zeit vertreibt. Wir lieben es in der Natur zu sein, am Meer, See oder Fjord, übernachten an kleinen Hefen und erkunden aber auch gern höhere Punkte auf unserer Reise. Wenn ihr wissen wollt, was wir alles auf unserer Reisen sehen werden, dann schaut euch unsere Videos an. Viel Spaß beim Mitreisen!